Um die Tankzusammenführung machen zu können, muss man zunächst den Einstellmodus aktivieren. Nun ist der Einstellmodus aktiv. Gehen wir nun in die Maschineneinstellungen. Mit diesem Button öffnet sich die Tankzuordnung. Hier ist eine Konfiguration dargestellt, in der pro Tank ein Dosiermotor verbaut ist. Bei Maschinen mit Doppeldosierer sind je Dosiergerät zwei Dosiermotoren verbaut. Die Dosiermotoren auf der linken Maschinenseite haben dann immer die Nummer 1 und die Motoren auf der rechten Seite die Nummer 2. Hier muss für beide Tanks derselbe Wert eingetragen werden, um die Tanks zusammenzuführen. Es ist die Konfiguration einer PPF-Maschine dargestellt. Deswegen müssen in den Maschineneinstellungen auch die Booms zusammengeführt werden. Dies geschieht in diesem Menü. Wir führen nun beide Tanks auf Boom 1. Da die Konfiguration geändert wurde, muss die Maschine neu gestartet werden. Dies wird einige Sekunden in Anspruch nehmen. Ist die Maschine neu gestartet, gehen wir in die Tankansicht. Unter diesen Zahnrädchen kann nun das Tankverhältnis eingestellt werden. Wir können hier zum Beispiel eine 40-60-Aufteilung einstellen. Auch hier muss wieder neu gestartet werden, da die Konfiguration geändert wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geschenk Untertitelung des ZDF für funk, 2017